Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 2.2.2024. Ja, und unser DAX hat sich hier von so einer kleinen Blase ein bisschen nach oben ziehen lassen, den Kopf nach oben geregt, wieder die Schildgröße aus dem Wasser rausgeklettert, wieder nach oben zurück. Auch wenn das relativ langsam aussah, hat er doch gut Bewegung zurückgelegt und vor allen Dingen ja auch den Vortag ausgeklettert. Das überrascht jetzt nicht ganz so doll, wir haben gestern auch explizit ja sogar in mehrfacher Hinsicht drüber gesprochen. A, weil Donnerstag war, B, weil die Verkeilung ja abgearbeitet war und das Keilziel auch bereits erreicht war und wir damit das übergeordnete Muster wieder als bullisches Muster ja drin hatten, das kleine bärische Muster ja damit durch war. Und ich glaube, wir haben auch gesagt als drittes Argument, dass ja eben auch Monatsauftakt nun ist, ja. Und es durchaus eine Option war, dass das jetzt nur Kosmetik war zum Monatsschlusskerz hier, den Schlusskurs ein bisschen runter zu drücken. Alles im Allen hat er sich sogar direkt hier runtergefummelt. Also er hat früh am Morgen gleich noch vor 9, probiert an der 7,90 was zu reißen. Wir hatten gesagt, wenn er die da fallen lässt, dann ist 7,60, 7,30 und auch 6,60 wahrscheinlich bis hin dann sogar vielleicht zur 3,50 über ein Doppeltop-Szenario. Das sollte sich hier unten entscheiden. An den neuen Tiefs hier hat er nicht angenommen. Hat sich auch direkt grün hochgedrückt, gleich von Beginn an grüne Stundenkerzen geliefert. Und das war ja auch was, wo man gesagt hat, wenn der anfängt grün nach oben zu drücken, sollte man Donnerstag sich gegebenenfalls auch darauf einstellen, dass der wieder volle Pulle zurückziehen kann bis 8,50, 900 und sogar den Bereich hier um 9,70. Da sind wir jetzt noch nicht ganz angekommen. Könnt ihr jetzt aber zum Freitag noch machen. Freitage gehen oft ein bisschen auf Schlusskurskosmetik, auch für die Wochenkerze. Hab das ein bisschen im Hinterkopf eröffnet, haben wir um die neuen Zehen rum. Das heißt, darüber ist es noch positiv. Sprich, er könnte hier durchaus in dem Bereich auch einfach noch zur Seite laufen. Und er würde sich gar nichts tun dabei. Das wäre für ihn wahrscheinlich sehr bequem, weil die Leute momentan im Seitwärtsdicht offenbar auch genug verdusseln. Wir haben gestern auch einen in den Kommentaren gehabt, der gesagt hat, er ist hier rausgeflogen oder hat das Konto platt gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu überhaupt was sagen soll. Der Großteil von euch wird wissen, woher das kommt. Das ist zu viel Positionsgröße, ganz klar. Das ist so eine mickrige Bewegung im DAX. Was haben wir hier über die letzten Tage gehabt? Das sind vom Hoch bis runter gerade mal 200 Punkte. Also wer da sein Konto platt macht, der ist einfach mal viel zu krass, vielleicht sogar über Hebel drin gewesen, mit zu hoher Positionsgröße. Also ich kann mich noch an Tage erinnern, da hat der DAX 250 Punkte runter gemacht, von früh 8 Uhr bis 11 Uhr, dann wieder 250 hoch bis 14.30 Uhr, dann nochmal 250 runter an einem einzigen Tag. Und wir haben das jetzt hier übergefühlt Tage. 24, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Also das sind ja wirklich Wochen, was der Markt jetzt für so ein... Das ist nicht viel Bewegungsspanne. Wer da so dermaßen auf die Nase kriegt, dass er hier seinen Konto verhaut, der hat offenbar A, die Stops viel zu eng und B, die Positionsgröße viel zu hoch. Also auch wenn ich wirklich fest davon ausgehe, dass der Großteil sowas weiß, besteht da dringender Handlungsbedarf, falls das jemand nicht weiß und falls jemand hier ähnlich rumschwimmt und Panik kriegt und Angst hat. Also die Positionsgröße ist alles beim Trading. Wenn ich keine vernünftige Positionsgröße mache, wird man immer emotional. Ja, wer zu hohe Positionsgröße, auch bei Aktien, einzelne Aktienpositionen, wer da zu viel Kohle reinpackt, der fängt immer an der falschen Stelle an, rumzuschwimmen. Kickt die dann irgendwo im Minus raus, wo es total unnötig ist, sägt sich Gewinne viel zu zeitig ab, weil sie sagt, oh, es wäre schade, wenn der Gewinn wieder weg ist. Dann habt ihr zu große Positionsgrößen, dann macht es kleiner, dann macht mehr Scheibchen, mischt andere Sachen mit bei. Ja, aber dann, wenn ihr emotional handelt, dann haltet ihr eigentlich immer verkehrt. Das müsste euch wirklich in die Ohren schreiben. Wer sich emotional irgendwo triggert, das haben wir heute auch nochmal im Chat geschrieben gehabt, der kriegt immer auf die Nase, der dürfte immer Verluste machen, ja. Und emotional wird man, wenn die Beträge anfangen, wehtzutun. Oder wenn sie gierig machen, ja. Und das ist immer ein Zeichen, dass man dann zu viel Positionsgröße drin hat. Wenn man die Positionsgröße so fährt, dass man emotional gar nicht getriggert wird, dann kann man routiniert versuchen, nach Charttechnik oder was auch immer man nimmt, zu arbeiten und dann funktioniert die ganze Sache. Ja, aber wenn man nur volle Pulle da rein, und ich will von heute auf morgen ein Konto von 10 auf 250.000 hochprügeln, ne, das wird immer wieder gleich enden. Weil man dann immer wieder in eine emotionale Schiene reingeht und dafür ist der Markt gebaut. Der Markt ist gebaut, um über diese emotionale Trigger-Komponente, die wir alle von Geburt an haben, ist er dafür gebaut, das zu benutzen, um das Geld von den ganzen, vielen kleinen Leuten, was die schön hart erarbeiten, zu sammeln und geballt nach oben zu drücken, zu denen, die so und so schon genug haben. Die nämlich Leute dafür bezahlen, die sowas wissen, ja, dass man sich eben nicht emotional triggern lässt, die routiniert arbeiten und dafür kriegen diese Leute, die das machen, ein paar Prozent von denen ab, was die ganz Großen haben, ja, und bumm. Das ist das Marktprinzip. So funktioniert Börse. Ganz platt gesagt, Geld schwimmt von unten nach oben. Ja, und um sich da auf eine andere Seite zu stellen, darf man sich nicht so verhalten, wie alle anderen Privatanleger. Und dann ist die erste rege Emotion raus. Und das geht mit erhöhter Positionsgröße einher. Also wirklich, wer hier ein Konto an die Wand haut, in so einer Trinkenbewegung, also das sind, das ist schon über Anfängerfehler hinaus. Ja, das ist, da stimmt was nicht. Das ist was nicht richtig. Das ist zu viel Gier, zu viel Zockerei oder was auch immer. Ich verstehe es auch gar nicht, dass es überhaupt technisch funktioniert, weil man ja so einen hohen Hebel eigentlich gar nicht mehr zur Verfügung hat, dass das überhaupt klappt. Trotzdem, darum, Analyse hin und her. Wir, wo wir stehen geblieben, die Bereiche um 9,10, könnte verteidigt werden über den Wochenschuss. Wir haben nach oben raus jetzt hier diese untere Keilkante, die wird wahrscheinlich interessant, die ist am Morgen bei 17.000, steigt dann über Nachmittag Richtung 17.30, 17.40 hin. Die könnt ihr versuchen anzulaufen. Und wir haben hier gestern, erinnert euch, mit der Maus so ein bisschen gezeigt, hier ein politisches Muster. Ja, jetzt hier kleines Ausbruchsmuster wieder drauf zurück. Wenn er jetzt natürlich hier oben durchrennt, gestern haben wir mit der Maus hier so in die Richtung gezeigt, das kann schon Richtung 1,20 gehen. Er hat wirklich auf die Kacke Haut, aber er hat halt die letzten Wochen, Monate wirklich wenig auf die Kacke gehauen. Und daher würde ich eher erwarten, dass wir vielleicht oben in der Spitze eine 17.000 bis 17.030 kriegen und eine 16.910 irgendwie in dem Bereich uns verteidigen. Und sollte tolle Schwäche reinkommen, deutlich auch unter einer 16.900 arbeiten, gehen nochmal die Ziele hier auf, die wir alle kennen. Ja, insbesondere auch der Bereich um 8.20, 8.100, der dann nochmal interessant wird in der Verteidigung. Ja, würde aber so jetzt für den Freitag dann auch erstmal erwarten, dass der nochmal verteidigt wird. Ja, ansonsten würde man hier einen zweiten Schlag kriegen, dann hätten wir hier ein tieferes Hochstehen, dann würde man hier runtersetzen und dann würde man wahrscheinlich auf die 7.60 erstmal aufsetzen, wieder hoch zurückkommen in den 800er Bereich, 8.50, 8.70 rein. Ja, ist aber so, die 9.10 wäre für mich da jetzt so die Kante, um das so ein bisschen positiv oder negativ einzuschätzen, aber ich kann mir eben auch gut vorstellen, dass wir die Keilkante hier von unten jetzt nochmal antriggern, ja, dass wir da nochmal einfach dran zurücklaufen. Gut, damit wäre ich durch, wünsche euch viel Erfolg, gutes Klingeln, dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal.